Hallo und schönen guten Tag! Viele Grüße aus dem Kaffee-Express. Ja, wir haben vor kurzem das schöne Dingelstedt im Eichsfelder Land. Das ist sogar so lang im Landkreis Eichsfeld hinter uns gelassen. Und ja, im weitesten Verlauf fahren wir nach Keller im schönen Thüringen. Bitte nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Die zweite Ausfahrt ist in der Nähe des Eichsfeldt im Eichsfeldt im Eichsfeldt im Eichsfeldt. Die zweite Ausfahrt ist in der Nähe des Eichsfeldt im Eichsfeldt im Eichsfeldt im Eichsfeldt. Sä班!", theme ist auch rom 터 dropped. Bitte in 600 Meter rechts abbiegen. Ja, wir haben es Mitte November. Jetzt rechts abbiegen. Aktuell heute haben wir es ca. 8 bis 9 Grad plus. Und ab und zu blinzt heute mal die Sonne raus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bitte am Ende der Straße links abbiegen. Jetzt links Upping. Jetzt links Upping. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt rechts abbiegen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir sind noch im schönen Eichsfeld Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte in 500 Metern links abbiegen Jetzt links abbiegen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020